Scheiße! Wann kommt endlich der Feuerauftrag? Haltet einfach den Kopf unten und bleibt noch etwas aus der Schusslinie verteilt! Ja, tolle Idee! Aber in 30 Sekunden können wir uns nirgendwo mehr verstecken! An kratten Scheißloch! Da ist noch ein Gegner. Okay, bravo, Luftunterstützung unterwegs. Ihr müsst das feindliche Fahrzeug manuell markieren. Wiederhole, ihr müsst das feindliche Fahrzeug manuell markieren. Ja, wir müssen das natürlich wieder markieren. Wer denn sonst? Kein anderer ist so krank und würde sowas machen. So, Feldstecher. Und wir haben ihn markiert. Drei, zwei, drei, zwei, eins, jetzt! So, das Ganze war etwas hell. Aber der Panzer ist weg. Das Haus auf. Da stürzt noch was ein. Wir laden mal nach. Und holen uns wieder Munition, würde ich sagen. Ziele getroffen, Volltreffer. Frohe Weihnachten, Bravo-Tum. Mann, das war wunderschön! Danke! Ja, wir folgen mal wieder unserem Squad. Los! Das Fahrzeug des Ziers muss vor uns sein! Die Waffe habe ich noch. Doch, die habe ich schon. Verdammt. In welchem Haus! M.G., Feuer, schneller! Okay, das ist der Gegner, Gegner. Wo sind mehrere Gegner? Ich will Gegner. Gegner, Gegner ist mein einziges Wort, was ich noch sagen kann. Boom! Ja, habe ich doch gewusst, dass da irgendein Auto kommt. Ich habe es nämlich noch gehört. So, da. Und da. Und das war's. Weiter geht's. Ja, geh doch hoch. Wow, das Fass will ich noch abschießen. Da hinten. Boah, da ist so ein Standmaschinengewehr. Die werfen wie Verrückte mit ihren Granaten. Ich würde sagen, ich renne mal da rüber. Er gibt mir Feuerschutz. Ich habe eine Idee, wir gehen jetzt weiter nach hinten. Und greifen das Teil von hinten an. Weil das kann sich nicht um 360 Grad drehen. Sondern nur um ein paar Grad. Also nicht mal eine halbe Umdrehung würde ich es, glaube ich, schaffen. So, und an dem Teil war schon keiner mehr. Deswegen habe ich schon mal weiter geballert. Aber da vorne ist noch eins. Zumindest hört sich so an. Oh ne. Ist nur ein normales MG. Also ohne Schutz. Da muss noch einer sein. Okay, dann gehen wir doch mal gleich auf den Lastwagen. Hier könnte ich auch hin. Aber wir gehen jetzt hier drauf. Oh, Gegner. Boah, kommen die auf einmal hinter uns. Ja, wir werden jetzt bestimmt noch verfolgt. Ja, wie ich es gesagt habe. Verdammt, verdammt, verdammt. Ja, los, lad doch nach. So, nachladen. Ich kann mich nicht mal ducken hier. So. Du kriegst noch eins von mir. Bumm. Boah, eine starfe, äh, scharfe Kurve. Nicht starfe. So, du bekommst die Granatwerfer von mir. So, der fällt runter. Okay, durch den Wald. Die Gegner sind weit weg von uns. Ich kann mich nicht mal gescheit drehen. Weiter, jetzt so geht nicht. Hier ist ja gar nichts los. Oh. Verdammt. Okay, das war sehr knapp. Hier habe ich jetzt gedacht, wir verlieren. Aber, die haben sich gegenseitig ausgeschaltet. Bravo, tu. Achtung, da kommt ein feindliches Fahrzeug auf uns zu. Negativ, habe nicht verstanden, Agente. Oh, nee, oder? Kein Heli. Wow. Das Ganze hängt ganz schön. Ja, wie soll ich den erwischen? Okay, ja, so ging es doch ganz schön leicht. Der ist mit uns in den Tunnel geflogen. Ah, kacke. Seid ihr noch da? Ex? Ja. Sweet's? Ja. Wow. Das ist ja mal interessant. Ja, was war das? Sie haben eine Attrappe gefunden. Eine Attrappe, Sir? Ein Dummy. Wir halten es für einen Test. Und wofür genau, Sir? Sie bauen eine Waffe. Was wir bisher darüber wissen, jagt uns eine scheiß Angst ein. Was wir nicht wissen, ist noch beunruhigender. Deshalb brauchen wir mehr Infos, am besten gestern. Und hier, kommen Sie... Hm. Ja. Okay. Das muss pronto erledigt werden. Neun meiner Einheiten stecken so tief drin, dass Sie nicht wissen, wo oben oder unten ist. Deshalb, arbeiten Sie jetzt für uns. Tun Sie, was Sie am besten können. Seien Sie unorthodox. Seien Sie tödlich. Schaffen Sie es. Können Sie nach Hause. Alle können heim. Was meinen Sie mit nach Hause? Heim nach Hause, Sir? Ja. Tun Sie das für mich? Können wir, Sir. Wir haben einen Mann in Bolivien, dessen Spezialität solche Objekte sind. Er heißt Acquire. Geben Sie ihm das. Und willkommen in der Special Activities Division. Was war das denn? Mein Ruhestand wurde gerade zurückgestellt. Das ist passiert. Wieder mal. Special Activities Division? Oh, scheiße, ja! Bolivien.